Äh, Lea ist mal wieder am Kunstmalen. Ich sollte mal demnächst ein Porträt von dir machen. Das sagst du immer wieder und hast noch keins gemacht. Ähm, ja. So sieht's aus. Äh, Wetterbericht. Willkommen bei Kassel 5. Packt euch gut ein und morgen schneid's. Der Jenny, ne? Gut einpacken. Weißt du Bescheid. Kurzen Blick in den Keller. Wir haben... Fünf Käse fertig. Zack. Zack, zack. Müssen wir da mal gucken. 325 Energie. Ja, macht auch schon einen Unterschied, ne? Dann können wir den goldenen ja eigentlich hier reintun. Hab ja auch noch den Pilz hier für Energie. Eigentlich mal kurz gucken. Hatte ich nicht noch. Äh, ne. Fischen macht dann keinen Sinn. Ja, so lagern wir für sich okay. Hm. Das... Verteidigung... Das ist gar nicht, gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir mal mit. So, tue aber... Oder nehme ich den hier als erstes. Warte, was hab ich denn da noch alles drin hier? Äh, den... Der ist natürlich auch nicht schlecht. Der ist natürlich auch nicht schlecht. Also, da haben wir mal gemacht. Also, da wollen wir ein bisschen Q so keine nächste Aufgabe bekommen. Gut, ähm... Ich hatte jetzt, ähm, so gehört, gelesen, Dass man auf Stufe 100 in der Wüstenmine wohl richtig viel, ähm, Iridium bekommt. Und man kann ja mit den Treppen... Da ist die Treppe. 99 Steine. Boah. Brauch ich ja... Ordentlich. Ich hab ja für... Mit 99 kriege ich ja gerade mal 10 Stufen hin. Das heißt, ich brauche 9.999 Steine. 9.000. Also, 10 solcher Stacks. What the fuck. 10 Steine-Stacks. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Ähm... Ja, das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir so nicht hin. Ja, ich muss ja noch meine Mauern hier machen. Da brauche ich auch noch einige Steine. Ey, gut. Ei, aus dem Weg. Ah! Zack. Zack. So. Gut. Dann hier. Da. Kein Nickel, komm her. Ist da noch ein Ei? Hier ist auch noch ein Ei. Ich habe Beine übersehen. Hatte ich das Wunder? Das hatte ich schon, aber das hätte ich noch nicht. So. Ähm... Eins. Zwei. Fünf. Fünf Eier. Eins, zwei. Drei, vier. Und wir fehlen noch zwei. Geh aus dem Weg. Eins, zwei. Zack, zack. Geht doch aus. Oah, ey. Das ist ein blödes Geflügel, ey. Ich mache euch Brathähnchen aus euch. Äh, dann haben wir hier für Pilze. So, so. Guck mal, den. Ich habe eigentlich... Aber das ist ja so dieses... Ähm... Ne, ich behalte den mal liegen. Oder? Ich habe auch noch dieses Energietronikum hier. Natürlich verdammt gut ist. Äh, ich behalte den Pilz. Ich will ja nicht immer dieses Energiezeug essen. Das macht dann ja auch keinen Sinn. So. Nein. Rüben haben wir. Oh, die Rüben. So, zack. Ja, komm raus. Zieh raus, da. Hep, hep, hep. Nimm uns zu schon mal hier. Man kann doch nicht so schwer sein. Okay, so. Dann haben wir hier Rüben eingelegt. Praktisch, ne? Ich habe hier Rüben fertig und zack. Äh. Nein! Kann ich sie einlegen. Äh, bop, 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 bop. Dann kommen die hierhin. Die kommen hierhin. Dann. Äh, ne. Eine Sternfrucht haben wir noch. Die sehe ich natürlich aus. Zack. Wir wollen ja mit diesen Sternfrüchten hier diesen Wein machen. Das soll ja richtig viel Geld bringen. So. Da, da. Hier. Da. Und hierhin. Äh. Sieht gut aus. Sollte überall was sein. Rein damit. Äh. Dann eben hier an die Scheune. Bäb, 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 bäb. Äh. Da. Mechkübel. Mechkübel. Höp. Haben die Ziegen, haben die Ziegen Milch? Ich weiß es nicht. Warum kann ich mir das nie merken? Ah, sie haben Milch. Ah. Da soll es nicht in die Luft melken. Da gibt nichts bei rum. Da haben wir schon. Die hätten wir nicht. Dann die hatten wir nicht. Und die Kuh. Und die weiße, die hatten wir auch nicht. Ja. Zack. Komm her. Und jetzt einmal noch Schafsrolle. Danke. Zack. Wart ihr fertig? Mann, Mann, Mann. Was ein Gesang hier. Äh. Rein damit. Okay. Gucken wir mal eben nach dem Harz. Haben wir. Äh. Hier rein. Dann eben nach den Enten. Oh, dann haben wir den da. Zack. Und wieder ein rostiger Spor. Den haben wir ja auch noch nicht so oft gehabt hier. Oh, wir haben einen Entenküken. Jupp. Jupp. Basi. Passt schon. So. Ähm. Dann brauchen wir Ei. Da. Ei. Küken. Aus Ei werde Küken. Und aus Küken werde Ente. Zwei. Zack, zack. So. Drei Eier. Habe ich auch keins übersehen. Danke, Ente. Weg da. Einmal ein goldes und ein lilanes. Ach, ein lilanes habe ich schon. Ein lilanes wäre cool, ne? Nein, das ist ein silbernes. Jo. Dann können wir jetzt direkt mal hier unten zu den Würmchen gehen. Gucken, ob wir da mal endlich was Brauchbares bekommen. Weil wir kommen immer den gleichen Kram. Ein Überbleibsel von einer Mauer. Eine Schneesüßkartoffel. Eine Schneesüßkartoffel. Und das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das. 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 Nein, eigentlich nicht. Das. Das. Tun wir das weg. Ich habe keine Lust, jetzt da reinzulaufen. Da ist der Sporn. Dann kommt das weg. Der Wein. Okay, ich laufe doch rein. Den Wein, den werde ich doch nicht einfach so verkaufen. Den lassen wir ja jetzt hier veredeln. Guten, schönen, roten Wein. Nein. Gut. Dann. Irgendwie so ein bisschen wenig aus hier, ne? Da, da, Bombe. Ähm. Hm. Ich überlege gerade, brauche ich noch irgendwas? Ne, die goldenen Plakette. Dead Can auch weg. Haben wir soweit alles. Aber ich will mal eben, tun wir mal eben die Milch hier auf Seite, um Platz zu haben. Ähm, dann können wir das auch wegtun. Den Kram brauchen wir theoretisch. Ähm. So, das geht so nicht. So, hier da. 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 Damit wir da möglichst schnell dran kommen. Hier ist mal keine Bombe hier liegen. Brauche ich noch. Ähm. Ich würde gerne einmal, bitte in die Wüste fahren. 23. Da. Da. Ja. Da. Da müssen wir jetzt ordentlich Steine farben. Einmal, damit wir unsere Farm wieder in den Schuss bringen können. Und aber auch, damit wir die Treppen machen können. Also das ist ja schon echt Hardcore. Zack, zack. Wenn ich denn hier nicht mal zweimal draufklopfen muss, ne? Ist das so viel wert. Ah, wieder eine Geode. Da wollte ich auch ein Zielstück von lieber haben. Bevor ich zu Gast gehe. Weil, ähm, die wohl irre selten sind. Weil man die hier in den Wüstenladen wohl, ähm, mittwochs, meine ich, kaufen kann. So, machen wir den erstmal platt. So. Nicht, dass er mich anhoppelt hier. Und weg. So, Leiter, komm. Oder, Loch im Boden wäre ganz cool. Ja, was muss ich, Leiter, aber den Kupfer hier nie wieder umbeheben. Gut. Ne. Machen wir erstmal den Dick kaputt. Zack. Ja, ihr kommt hier nicht hin. So. Haben wir den. Ah, guck mal, da ist ja direkt die Leiter. Ja. Aber die großen nehme ich mal eben noch mit. Die ganzen Steine. Das. Leiter, Leiter, Loch. Loch ist eigentlich, glaube ich, besser. Je tiefer wir kommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf Iridium stoßen. Auch wenn man hier ver... Ah, da ist ein Loch. Hinein springen. Drei Etagen runtergefallen. Ist ja fast nix hier. Zack. Äh, wieder so ein Fliegefisch. Wo ist er denn? Fliegefisch? Da oben ist er. Zack. Erledigt. So. Äh, äh. Ja, ist klar, ey. Pack doch hier. Boah, ey. Ich hasse es, wenn du die ganze Zeit immer... Du stehst da, geh, läufst da gegen, du kommst nicht näher ran, aber er trifft einfach nicht. Was das soll. Das soll mir mal einer erklären. So, wir haben Schienen. Triff doch hier, Mann. Oh, lefrette. So, machen wir den Großen kaputt. Ist aber nix. Und wo ist denn die Leiter? Zack. Weil da dürfte ja Kohle drin sein. Und es ist gar nix drin. Na komm, gib die Leiter her. Ich bin auf Ebene 6 und hier ist nix. Ich brauche Iridium. Iridium. Hä? Ist einfach gar nix. Wo ist es denn? Verdammte Haxe. Kann doch nie sein hier. Einen armen kleinen Bauern hier. Immerhin eine Geode. Ach, da ist ja ne Leiter. Kann das sein, dass je öfter man selber hier drin ist, desto eher findet man auch Leitern direkt. Das hatte ich schon bei anderen Minern irgendwie das Gefühl gehabt. Also, dass die schon direkt da sind, ohne dass man danach suchen muss. Aber das kann man nicht per se immer sagen, dass man hier einfach nur die Leitern suchen muss. Das wäre geil, ne? So. Komm. Hey, was soll denn das? Zack. Da ist wieder nix. Komm, Loch. Aber die Geode finden man ja hier schon doch recht gut. Ich meine, das ist natürlich ne Menge Farmen. Aber momentan hab ich ja gar nicht mal so das Problem mit dem Kampf. Natürlich würde das dann auch schneller gehen. Aber es ist nicht so, als wenn ich das nie überleben würde. Ich könnte ja wenigstens mehr Steine hier rauslassen. Ah, nee. Ich meine, das kriege ich. Meine Güte. Steine. Gibt mir doch wenigstens Steine. Und eine Leiter. So. Jetzt kriege ich Steine, aber immer noch keine Leiter. Hey, hallo. Wollt ihr mich hier verkackerjahren, oder was? Nee, Käse will ich nicht. Hey, dafür müssten wir auch echt mal ein Loch spendieren hier. Hackst du alles weg hier, verdammte. Hackst du. Mann. Hier am vor... Ah, da ist sie. Hätte ich doch eben da mal drauf gehauen. Hier. Hey. Zack. Hau da daneben, ey. Komm. Kann doch nicht so schwer sein hier. Hör. Hör. Hör wenig. Aber das wird echt ne verdammt blöde, ähm, Tag. Ich hatte so gehofft, ich würde mal ein bisschen Iridium hier bekommen. Aber nein. Einfach nix. Kann doch nicht angehen hier. Was macht ihr denn mit mir hier? Weil ihr kriegt kein Iridium, keine, ähm, wirklichen tiefen Löcher. Ihr kommt einfach nicht voran hier. Ey, ich kann doch nicht angehen. Es ist schon fast 20 Uhr. Warum ärgert ihr mich so? So. So. Komm, wieder so ein blöder Fliegefisch. Zack. Ey, also das ist ja echt, äh... Feuertste aus, wollte überhaupt ihr, ey. Kann doch nicht angehen. Ich bin noch auf Etage 8 und hab nicht mal eine Iridium bekommen. Leider. So. Hauen wir noch die Energie weg. Zack. Können wir natürlich hoffen, dass der Dicke da uns, äh, Iridium gibt. Komm, gibt mir Iridium. Ja. Hier ist es etwas. Äh, wollte auch nicht. Tch. Na, oder die Mumien. Tolle Sache. Hab jetzt aber keinen Bock drauf. Oh. Oh, dann gehen wir mal hier runter. Uh, ist neun Ebenen runtergefallen. So, da sollte ich jetzt aber vielleicht doch was essen. Nicht, dass wir jetzt gleich... Ey, guck mal, da ist ja noch eine Stufe. Moment, da mach ich jetzt mal direkt hier doch ein Käse. Eben kurz mal hier rumgucken. Stufe 19. Ne, kein Iridium. Aber da oben sind ja noch diese, ähm, Bretter. Da ist ja meistens irgendwas. Also gucken wir da mal eben schnell. Komm, gib mir Iridium. So. Nöp. Hinein springen. Tschüssi. Du bist hier eben runtergefallen. Oh je. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Boah. Geh doch mal hier aus dem Weg, ey. Mann, jetzt. Hab ich auch noch ausgerechnet so'n krassen Kampf. Kommt ihr mal wenigstens herkommen? Ich trau mich nicht, mich zu bewegen, weil ihr dann irgendwie auf einmal ankommt. Mann, ich hasse es, wenn die von zig Seiten ankommen, ne? Es ist aber mal gut hier. So. Dreck mal fliehen. Da hätte es bestimmt Iridium gegeben. Auf der Ebene. Aber. Da! Was soll denn das? Mir verlassen. Nee, das muss ich jetzt nicht haben. Mann. Hat eine magere Ausbeute. Einer Ewigkeit ein bisschen da doof rumgehangen. Ist hier irgendwo. Naja. Warte, jetzt kriege ich noch irgendwie einen Kaktus. Irgendwas. Ah, der ist noch für mich. Irgendwas schönes. Ey, das hab ich noch nicht. Goldmaske. Die hab ich noch nicht. Hatte. Weil. Untertitelung des ZDF, 2020